Ein Baby! Sind wir zu jung, um darüber nachzudenken? Wir könnten sieben Jahre lang jeden Tag von Berlin nach New York fliegen und wieder zurück und unser CO2-Fußabdruck wäre immer noch nicht so groß, wie wenn wir ein Kind kriegen. Wir sind gute Menschen. Eben, sind wir. Sind wir. Wirklich. Eben, sind wir.